Hi guys, it's me, Sandy Rella. It's Christmas time, hey! Wir alle wollen some Geschenke zu Weihnachten. Ich kann mir selbst welche kaufen, aber Leute, ich bekomme immer so viele. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Aber Sandra ist da anders. Sandra möchte euch etwas zu Weihnachten schenken. Also hat sie gesagt, wir nehmen immer Sonntag. Den Adventssonntag, und da gibt es vier davon. So, und sie möchte euch Sachen schenken. Also werde ich euch die Produkte vorstellen, die ihr gewinnen könnt. Heute ist der erste Advent. Und da möchte ich natürlich nicht so groß anfangen, aber ich habe etwas Tolles für euch. Und zwar haben wir ein kleines Gesichtsset von Essence. You know Essence? I hope. So, ich glaube Essence mögen viele von euch. Und ich weiß, dass Gesichtspflege für die Sachsen ist ganz wichtig ist, Leute. Okay? So möchte ich euch heute die Produkte vorstellen, die ihr gewinnen könnt. Das ist die Gesichtscreme. Sie ist metafying. Das heißt, Leute, ganz einfach. Ihr macht euer Gesicht hiermit sauber und das reinigt dann Poren tief. Ganz toll. Und danach ist eure Haut nicht mehr fertig. Sie ist gemattert. Oder metafying. Okay, Leute? Das ist ganz toll. Und das braucht man auch. Ganz wichtig im Sommer, aber auch jetzt vielleicht. Weil eure Haut, der ist es egal, ob da Sommer oder Winter drauf steht. Gut. So. Und dann haben wir hier noch die passende Creme dazu. Ja, die tragt ihr dann natürlich nach der Gesichtsreinigung auf, Leute. Und auch die könnt ihr natürlich von mir gewinnen. Nein, nicht von mir, aber von Sandra. Ja, Leute, das ist ein ganz schönes Set. Das sind die Hauptgewinne dieses Mal. Und dazu kommen noch ein paar Kleinigkeiten, die ich euch aber nicht verraten darf. Weil Sandra meinte, Sanderella, das sind Überraschungen. Die kommen dann noch mit dazu. Aber das hier ist es auch wirklich schon wert mitzumachen, Leute. Und wollt ihr wissen, wie ihr das gewinnen könnt? Na, dann passt mal auf. Ich sag euch das. Ihr müsst, um gewinnen zu können, Leute, müsst ihr dieses Video liken. Das heißt, euch gefällt es natürlich, weil ich im Video bin. Keine Frage. Schon alleine deswegen mögt ihr dieses Video. Okay. Okay, so. Aber, Leute, es ist neben meiner Sachsenis und meinem Volumen ganz wichtig, dass ihr auch diese Produkte mögt. Und da ihr die natürlich gewinnen wollt, würde ich euch sagen, liked dieses Video. Das ist doch schon mal ein ganz toller Anfang. Habt ihr das gemacht, Leute? Dann möchte ich, dass ihr etwas schreibt. Ja, ich weiß, Schreiben ist nicht so jedermanns Sache. Aber, Leute, auch das braucht man im Leben. Und ich denke mal, es wäre ganz interessant. Ganz interessant, nicht für mich, aber für Sandra vielleicht. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr dieses Jahr für ein Lieblingsprodukt hattet. Das muss jetzt nicht von Essence sein. Das kann auch von anderen Marken sein, Leute. Das ist kein Thema. Aber schreibt mir, beziehungsweise der Sandra, euer Lieblingsprodukt in die Kommentare. Und habt ihr das gemacht, nehmt ihr an der Verlosung teil. Leute, das Gewinnspiel, das geht ganze sechs Tage. Bis nächste Woche. Ja, aber das alles steht nochmal in der Infobox, Leute. Okay? Gut. Also, macht ihr mit. Könnt ihr Essence gewinnen. Und ich glaube, Leute, ihr werdet es leben. Ihr werdet es leben. Okay? So. Sanderella, drückt euch allen die Daumen. Allen. Wirklich. Auch dir da hinten. Ich sehe dich. Leute, ich drücke euch allen die Daumen. Und ich hoffe doch, ihr werdet glücklich damit, ja? Okay. You know, ich habe ein ganz großes Herz. Und da passen alle von euch rein. Okay? Auch du da hinten. Gut. Das war der erste Advent mit Sanderella. Ich hoffe jetzt, ihr habt einen schönen Tag. Und ihr kümmert euch heute ein bisschen um das Volumen. Und das Saxoness in eurem Wesen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Und das ist ganz normal, Leute. Dann guckt euch meine Videos an. Denn ich zeige euch. Ich zeige euch, wie ihr diese Saxoness in euer Gesicht kriegt. Diese Lippen. Diese Augenbrauen. Diesen Lidschat. Ihr könnt das alles wissen. Aber nur mit meiner Hilfe, Sanderella. Okay? So, guys. Ich drücke euch die Daumen ein. Und wir sehen uns bald. Okay, guys? Good. Love you all. Bye. 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 Bye.